Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Raft, hier auf meinem Kanal Druxel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute sind wir vollzählig und neben dem Reba und dem Pyro und Fox ist heute auch noch der Shinjiro mit dabei. Schaut gerne mal bei den Jungs vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. So sind jetzt alle da, dann können wir eigentlich, warte mal, ich guck nochmal auf die Inseln einmal kurz. Ah, ich glaub, die hatten wir schon. Ich glaub, die hatten wir auch schon. Aber hieraus sieht man ja auch gar nichts. Na, ich guck trotzdem einmal. Die Insel haben wir gemacht und dann hast du mal rausgegangen. Äh, joa, sieht ziemlich leer aus. Ja, das ist gut. Der Spawnpunkt ist ein bisschen schlecht hier, oder? Wieso? Achso. Warte, ich nehm den Grill weg, warte kurz. Äh. Die Vogel schau ich auch noch? Nee. Nee, geht doch. Ah, hi! Hi, Happen. Schön, die schwimmen, ey. Hattet ihr schon stärkere Waffen und so? Waffen? Nein, nur ein Speer, ganz normaler Holzspeer. Ja. Wasser Spender haben wir jetzt ja schon, zwei. Ja. Ja. Und immer wieder nachfüllen, nicht vergessen. Na klar. Stensiv muss ich, glaub ich, erstmal ein Plastikbecher machen. Hm. Ihr müsst ihn von mir drin noch haben. Achso, ihr könnt euch noch einen Kopf aussuchen, den ihr aufsetzen wollt. Wir haben ja neue Köpfe jetzt durch die Mods. Ja, ich würd sagen, jetzt müssen wir noch ein, ein, zwei Inseln. Dann können wir nämlich, da haben wir genug Eisen für die, für die, für die, äh, ersten Sachen, die wir brauchen, um mit der Mission anzufangen. Oh Gott! Nein, ich hab Inventar offen. Oh Scheiße! Uiuiui! Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Hi! Wo? Hör einfach hin, du hörst, wo du bist. So. Ja gut. Bis ich da war, war alles vorbei. Da hinten ist noch ein Boot. Lass los. Der war relativ weit weg. Dann kommen wir da wahrscheinlich nicht rein. Ja, außer wenn wir das Segel ein bisschen drehen. Links ist noch. Links ist eine Insel. Boot ist uninteressant, die Insel ist interessanter. Ein bisschen an linkses Segel, ein bisschen nach, äh, Steuerbord. Wo siehst du da eine Insel? Ich seh die da hinten am Horizont. Cool. Der Hai weiß. Ja. Nicht die Dinger, nicht die Dinger. Ja, Hai ist tot. Ja, ja, ja. Ich sammle schon. Ach, hast du schon. Hopp, alles. Was können wir denn jetzt alles klaffen? Ey, du schläfst doch hier voll in der Luft. Ach, wir müssen schnell zu der Insel. Dann können wir dann da eventuell auch noch, äh, sammeln. Oh, da kommt eine riesige Insel. Heiliger Scheiß ist die groß. Guck mal wie hoch die ist. Kommen wir da hin. Wind geht da lang. Oh, der geht sogar Richtung Insel. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Kann einer das Segel da oben ein bisschen ausrichten? Ja. Mach ich. Oder geht's gut? Ja, ich komm, glaub ich, hier wär's auch. Ja. Boah, guck dir an, wie groß die ist. Haha. Ja? Jo. Waren wir schon mal auf so einer riesigen? Ja. Das ist die gleiche Größe mit den Vögeln. Oh, ne. Okay, wie toll. Hier haben wir noch ein Lager zusätzlich. Hast du denn irgendwo ein Lager für das Zeug, was wir aufsammeln? Und wir werden, je nachdem. Irgendwer hebt hier immer noch Blumen mit auf. Ihr müsst aufhören, Blumen einzusammeln. Brauchen wir noch nicht. Wir sind fast gar nicht. Ähm. So, ich mach jetzt erstmal, ich muss ja so kurze kleine Ordnung machen. Wir müssten auf jeden Fall mal ein Anker machen, damit wir auch anlegen können. Ich hab doch einen Schuh, guck dir das an. Ich kann dir nicht einsammeln. Ich weiß was raus aus, wenn wir da. Ja. Ah, wie schön. Jetzt haben wir zwei Schuhe. Das ist das denn? Hier ist ein Haken verpackt von irgendwie. Aua. Das ist der Haken verpackt. Ja, so einen Back hatte ich letztes auch schon mal gehabt. Kann jeder mal bitte einmal seinen Haken schärfen. Um den Back vielleicht zu hintergehen. Ein Scharnier. Hat nur einer fünf Seile und zehn Bretter. Dann kann ich den guten Anker schon machen. Ich glaub, ich hatte gerade Seile in die eine Truhe gemacht. In das zweite. Direkt nehmen der für die Sorry. Seile hab ich schon. Brauche nur acht Bretter. Oh nein, wenn hier wieder so ein Schwein ist, ne? Oh bitte. Ist auch. Brauchen wir acht Bretter. Du hast eine Kiste für Hüte. Hier vorne die... Doch die... Aber lass doch die Hüte lieber weg, wenn wir die nicht brauchen. Die mittlere, ja. Oh nein, ich brauche einen Stein. Äh, Stein. Stein ist im Wasser, ne? Ja gut, da muss ich nochmal kurz ins Wasser gehen. Vielleicht bin ich ja irgendwo Stein. Ein Platz für den Anker? Ich bin auf die Insel gekommen. Ich bin rüber gestrommen. Kein Platz für den scheiß Anker. Wir müssen auch anbauen für den Anker. Ich hab den... Ich hab den großen jetzt auf jeden Fall schon mal. Ach so, ja, das ist auch gut. Oh, da hängen jetzt wieder so ein Schwein. Oh, du scheiße. Darauf kann ich ja verzichten. So. Wollt ihr jetzt die Insel erkunden? Ja, ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Ich versuche nur dem Schwein nicht... Weil einer muss aber auf dem Floß bleiben mit dem Speer, um den Hai abzuwehren. Hast du ein Speer schon die? Ja, du wolltest doch alles bauen noch. Ne, grad nicht. Ja, hier war dann immer mein erstmal. Da reicht wenigstens noch für einen Angriff. Äh, da. Kannst du ja die Anker schon mal... Ach, die Anker sag ich. Das Lager ausbauen. Komm mir nicht hoch. Mach mal allgemein mehr Zeug. Ich will die zweite Etage ein bisschen ausbauen. Damit wir Platz haben. So, das ist die Schwein. Woah, tschüss. Es wieder. Das ist hier wieder. Oh nein, bitte nicht. Lass mich doch in Ruhe. Oh nein, 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 nein. Oh, das rennt ja nicht ins Wasser, ne? Ne. Ja, das ist das Positive an der ganzen Sache. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich hasse dieses Schwein. Heide Magalön. Ja, jetzt rennt du auf mich zu. Ja gut, ich verpiss mich dann mal. Oh, wie schön das hier ist. Die Sonnen strahlen. Die schießen. Durch die Baumkrone. Kannst du mir ne Axt schon mal herstellen? Äh, ja, 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 ja. Meine ist jetzt fast kaputt. Ich glaube, wir brauchen erstmal noch mehr Metall dafür. Hat jemand so ein Vogel gerade gekillt? Hab's versucht. Weil ich hab deswegen ne Errungenschaft bekommen. Oh Gott, hier ist dieser andere Vogel. Oh Gott, hier ist dieser andere Vogel. Andersweitig, kaputt gemacht. Hi. Ich hab kein Spiel mehr. Und ich hab mal grad hier für, also dein, für'n Vogel. Oh Gott, das ist, oh Lama, Lama, Lama. Ja, wie ging das nochmal weg? Ach ne. Ah, ich hab nen Schatz gefunden. Wie schön. Ah. Ah. Gut. Ander können wir irgendwann nochmal umsetzen. Aber vorher ist er da. Ah, passt doch. Gibt's noch so großen Inseln, meistens dann zwei oder drei Schätze? Boah, dieser Vogel, der trifft doch ganz gut. Nee, die Schätze sind wir noch. Von den Schätzen sind wir noch sehr weit entfernt, ja. Da brauchst du noch gar nicht dran denken. Ja, ne, ich mein, diese Truhen, die hier auf der Insel sind. Achso, es gibt dann hier noch wichtige Schätze, mein ich. Ich glaub, die Müllwahrt sich dann ein bisschen festgebackt kann sein. Ja. Dann, dann killt die. Wohl das Essen von der. Oh, ich glaub, die hat sich richtig festgebacken. Ja. Die Müllwahrt ist. Wir haben nen Begleiter, der wird die ganze Zeit näher fahren. Oh. 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 Wer, wer hat gejudelt? Ich weiß. Wie kann man das machen, so? Ich geh gleich auch immer auf die Insel. Oh shit, das war ne schlechte Idee. Oh, nein, 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 nein. Hier ist irgendwo noch so ein Schwein. Du musst aufpassen. Aber hier nur eins dieses Mal, ne? Hm. Ich hab tatsächlich... Hast du ne Axt hergestellt? Nee, ich kann nur, kann keine Axt machen. Hm, hm, hm. Keine Ruhe Staubel mehr. Oh shit, da ist jetzt schon wieder das Viech. Wir müssen doch mal tauchen hier unten. Ja, das mach ich gleich. Wir können ja gleich mal versuchen, den Hai zu killen. Der Hai weiß grad irgendwo an. Der Hai weiß grad. Oh mein Gott. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich hab, ich hab ne, ne Höhle gefunden. Schon wieder zwei Plastik-Wienige. Wie geil, ich hab drei Truhen jetzt hier gefunden. Und neues Rezept. Oh, vier Truhen. Hier ist noch eine. Ich feide ja grad mit dem Hai in der kleinen Höhle. Du bist nur an dem Schwein vorbeigekommen. Äh, einfach vorbeigerannt und dann ins Wasser gesprungen. Weil im Wasser hat's dann von einem abgelassen. Aber da ist dann halt der Hai, ne? Ich weiß nicht. Da musst du... Der Hai ist grad bei mir. Der Hai ist grad bei mir. Dieser komische Vogel wirft jenseits sein Zeugs auf mich. Aber, ich feide grad mit dem Hai. Aber der, wenn der mich nochmal weiß, mich tot ist. Deswegen bleib jetzt, ist er hier. So, Shinji? Ja? Hier wird da hast'n Speer. Verteidige das Floß vom Hai. Ah, klar. Eine Axt habe ich noch hergestellt. Die liegt denn... Wo liegt die? Hier in der Kiste. Warte mal. Ich geh hier vorne in die Kiste. Nein, der Plastik ist ja auch der Riesel. Der kommt gleich lang. Jetzt habe ich aber erst mal du. Ah, ich hab die Box gefunden. Ah, jetzt muss ich dir zurück zum Ohr! Bootschlemmen. Wir haben kein Wasser mehr. Au! Der nimmt uns mit zum Boot. Au! Lass mich los! Und die Scheiße. Komm ins Wasser. Oh, das ist kein Wasser. Oh, scheiße. Kann uns mal einer holen? Wir liegen hier übereinander. Ja, ich komme sofort. Ja, die Minecraft-Chest. Dann baue ich die jetzt noch daneben. Dann können wir da dann Essen reinmachen. Ich komme jetzt sofort zu dir. Ja, lass euch nicht auch noch killen vom Schwein. Sonst muss sich einer wiederbeleben. Tot. Du bist tot? Gleich. Ich versuche zu laufen, aber... Du hast nichts gegessen, ne? Unser Essen geht auch weiter runter. Also du müsstest dich schon weilen. Ja, ich bin unterwegs. In welche Richtung ist es denn am schnellsten am besten? Befreien. Man kann befreien. Ja, dann sagen wir erstmal Shinjiro aus. Wo ist der denn? Weiß ich nicht. Auf dem Weg zu uns wahrscheinlich. Ja, irgendwo auch rechts unten Wasser. Bei diesem Schiff. Ist hier jemand an Land? Ne. Allem Wasser. Weil die sind hier nicht dran. Ah, einen sehe ich. Einen sehe ich. Das dürfte der Kev sein, oder? Ja. Kev, du bist nicht gerade sehr weit gekommen. Was hat die denn gekillt, Kev? Der Schwein. Was? Hier ist das Schwein? Ja, komm. Da müssen wir ja rennen. Ja, auf dem Leben. Weil ich schön, dass du nicht mehr genau weißt, wo du gestorben bist. Okay. Also wir liegen, wenn du dich rechts hältst, im unteren Bereich. Oh, 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 oh. Ich bin nicht auch angegriffen worden gerade. Ja, stürm nicht. Sonst liegen wir alle. Dann muss ich irgendwie... Ne, ich hab den Kev, ja. Wo ist denn das Bett? Heilige Scheiß, wo ist das denn? Hat das denn mal abgebaut? Ah, ne, da. Zack, Nummer 1. So, nächster. War irgendwas in der Nähe, was du mir als Anhaltspunkt geben kannst? Ja, nicht hoch rennen, sondern unten weiter rennen. Da geht's hoch, da sind diese Art Steintreppen und da rechts unten liegen wir denn. Okay, ne, dann weiß ich wo. Ungefähr. Jetzt muss ich nur hoffen, dass hier nirgends wo dieses Schwein angeschossen kommt. Ja, das ist da irgendwo, deswegen wär's besser. Nein, ich hab's grad gesehen. Ich hab's grad gesehen. Ich geh am Wasser entlang. Also noch hab ich so viel HP, um wieder zurückzukommen. Ich seh euch, ich seh euch. Ihr seid... Ah, 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 ah. Warte mal. Hab ich dich? Ja. Dann hol ich erst mal dich. Wo ist Kev? Der, der, den hab ich schon wieder belebt. Keine Ahnung, der steht da auf... Ahne, da kommt er. Da kommt er. Und er hat das Schwein im Schlepp. Oh Gott. Oh, tut mir leid, ich hab dich fallen lassen. Warum? Man kommt hier auch so scheiße durch, ne? Ja, das Bett können wir nur umplatzieren. Ich muss auch was trinken. Ich versuch gleich das zu killen. Aber ich könnte eure Unterstützung dann gut gebrauchen. Ne, ich hab noch kein Speer, deswegen brauche ich noch nicht hin. Ich hab... Ich hab's einmal getroffen. Äh, au, 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 au. So, was brauche ich für'n Speer? Speer, Speer, Speer? Wieso ist es eigentlich jetzt nicht so ruhig? Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Aber ich hab mich gekillt. Ah mein Gott. Ich bin gleich tot. Hilfe. Ich glaub... Ja, es hat mich gleich. Danke dir. Danke dir. Oh, drei Seile, dann hab ich noch ein Speer. Uiuiuiui, ich bitte Wasser. Tschüss, ja, ja, komm, ran auf den Meter. Oh, jetzt erst mal was essen, ey. Ich bin fast tot. Das war ja echt knapp grad gewesen. Jetzt darf nur nicht der Hai kommen. Aber ich bin eigentlich hier in so einem seichten Gewässer, würde ich mal sagen. Also die Bodenfläche... Die Bodenfläche... Was ist das denn jetzt? Hä? Was? Hä? Ich hab das Schwein in den Arsch gepikst und damit bis in ihm endlich der Welt geschallert. Das liegt jetzt irgendwo in Südmetten nach da hinten. Alter, was? Das hab ich gar nicht so richtig gesehen. So wie vorhin, der Baum. Als du es gestochen hast und dann war's weg. Also ich hab's nicht so wegfliegen gesehen. So, nochmal runter, ey. Komm her. Was haben wir denn hier schönes Kerze? Shinji, dein Haustier ist ganz schön. Ich hab dein Schwein gefunden. Kev, ich hab dein Schwein gefunden. Er schwimmt hier. Ja geil, der genübt's auseinander. Ja. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Hab ich. Hab ich gar nicht gehört. Hoppala. So. Also dieses, dieses Berg runtergehen ist eigentlich ziemlich zäh. Wir müssen nur immer Richtung Wand laufen. So ein bisschen rechts und links. Komm schon. Wo ist das Floß? Kein Problem. Dann würde ich jetzt auch die Folge wieder an dieser Stelle kurz beenden. Ähm, vielen Dank fürs Reinschauen. Schaut auch noch gerne bei den Jungs nochmal vorbei. Und, äh, ja, da kommen die beiden sogar gerade noch. Ähm, so, bis nachher. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö. Tschö, tschö. Tschö. Tschö! Tschö, tschö. Tschö, tschö. Zsä vad du, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. spot Wie im flessffer in움리. Oh, any. Weather. кість. almost dir. Chang.